Die Krähen schrein' und ziehn' schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schnein' – Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts – ach, wie lange schon! Was bist du, Narr, vor Winters in die Welt entflohn' – Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, Dem Rauche gleich, der stets nach Kelternhimmeln sucht. »Flieg, Vogel, schnarr dein Lied im Wüstenvogelton!« »Versteck, du, Narr, dein blutend Herz in Eis und Ton!« »Die Krähen schrein' und ziehn' schwirren Flugs zur Stadt!« »Bald wird es schnein' – weh den, der keine Heimat hat!« »Die Krähen schrein' und ziehn' schwirren Flugs zur Stadt« »Krähen haben immer etwas Unheimliches, die Schwärze, der Schrei und ihrer Ernährung mit geraubter Saat und sogar Aas.« »Das Verb schwirren, durcheinanderwirren, wird als Adjektiv zweckentfremdet zu einem besonders wirrend schwirren.« »Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat!« »Wie kann man im Winter seine Heimat verlieren?« »Herbst und Winter werden, wie so häufig, zu Allegorien auf entsprechende Lebensabschnitte.« »Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon! Was bist du, Narr, vor Winters in die Welt entflohen!« »Es geht also um einen Lebensweg, in dem man sich von alten Banden loslöste, allerdings zu spät, um noch neue zu finden.« »Das Du ist eigentlich das Ich, das sich hier selbst anspricht.« »Aus diesem Richten mit sich selbst ist wohl das typische Du in der Lyrik des 20. Jahrhunderts geworden, das einem bei Ben und Celan so vertraut ist.« »Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt.« »Versprochen hat man sich von der Welt aber sicher das Gegenteil.« »Wer das verlor, was Du verlorst, macht nirgends halt.« »Zu endloser Wanderschaft, also zu endlosem erfolglosen Suchen nach Bindung ist man verdammt.« »Nun stehst Du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach Kelternhimmeln sucht.« »Der Vergleich mit dem Rauch ist mehr als physikalisch gemeint. Als Rauch sieht sich der Sprecher selbst vergehen.« »Flieg, Vogel, schnarr dein Lied im Wüstenvogelton.« Die Krähe ist natürlich kein Wüstenvogel, singt aber das passende Lied zur seelischen Wüste, in der sich der Sprecher sieht. Eine gewisse formale Symmetrie entsteht, wenn jetzt in der vorletzten Strophe das lautmalerisch dargestellte Krähen-Schnarren wieder aufgegriffen wird. »Versteck, Du narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn.« Eine nicht ganz schlüssig klingende Aussage, vielleicht ist gemeint, dass man sein blutendes, leidendes Herz mit Gefühlskälte panzern soll, und dementsprechend spielt man den Hohn gegenüber den Dingen, die man für sich nicht erreichen kann. »Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat.« Die erste Strophe wird wiederholt mit einer kleinen Änderung, die die Perspektive auf den Einsamen lenkt, der keine Heimat hat. Die eigene Erfahrung wird für einen besonders bitteren Schluss als Drohung an den Leser formuliert. Diesem Gedicht hat Nietzsche verschiedene Titel gegeben. »Vereinsamt, aus der Wüste, Abschied oder Heimweh decken sich dabei mit dem, was der Text auch so von sich preisgibt.« Der Freigeist wäre ein Titel, der darauf aufmerksam macht, dass es auch eine weltanschauliche Heimat geben kann, an deren Stelle, indem man sie aufgibt, eine Wüste der Orientierungslosigkeit tritt. Entsprechend dichtet Nietzsche auch eine Antwort. »Das Gotterbarm, der meint, ich sehnte mich zurück ins deutsche Warm, ins dumpfe deutsche Stubenglück. Mein Freund, was hier mich hemmt und hält, ist dein Verstand, mit Leid mit dir, mit Leid mit deutschem Querverstand.« Also lieber orientierungslos als in irgendwelchen ausgetretenen Gedankenbahnen verharren. Aber als Einzelgedicht ist doch die Krähen schreien wesentlich schöner als mit dieser agitierenden Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.